Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz 4 for Future. Ich habe heute wieder eine Zuschauerfrage für euch. Und zwar geht es wieder mal um das Thema Maßnahmen im Sanktionsmoratorium. Und zwar fragt Volvic Fanta. Hey, ich müsste übermorgen zu einem Aufnahmegespräch bei meinem Maßnahmeträger. Habe unter Druck dummerweise die Eingliederungsvereinbarung unterschrieben. Könnte ich wegen des Moratoriums dem Maßnahmeträger morgen einfach eine E-Mail schicken mit der Bitte, mich aus der Maßnahme zu streichen? Oder sollte ich das lieber mit meiner Sachbearbeiterin klären? Wer weiß Rat, kann jemand weiterhelfen? Kann Volvic Fanta einfach diese E-Mail an den Maßnahmeträger schreiben und sich aus der Maßnahme streichen lassen? Könnte das möglicherweise Probleme mit dem Jobcenter geben? Und könnte das Jobcenter unter Umständen Schadensersatzforderungen an Volvic Fanta stellen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss!